Also ich finde es geil, weil ich bin Fußballfan auch und DFB-Pokal und FA Cup und so, das ist schon eine sehr geile Sache. Ich glaube, dass die NBA da was Geiles aufbaut. Natürlich brauchen wir auch noch die nächsten Jahre oder bauen sie das auf. Aber ich glaube, vom System her ist das Hammer. Und auch, dass es dann in Vegas ist und sechs Gruppen, fünf Teams, das ist schon sehr cool. Also wir sind natürlich für dieses Jahr raus, weil wir zwei Spiele leider verloren haben. Aber das ist schon ein geiles Gefühl und ich glaube, dass es die Chancen gibt für jeden. Das finde ich halt immer geil. Es ist ein Spiel und dann gehst du halt weiter. Also jetzt nicht in der Gruppe, so wie jetzt in Deutschland auch, aber normalerweise spielt der Drittligas gegen den Erstligas. Wenn er ihn raushaut, dann ist das halt so.